Die Entwicklungen des Plugboard-Projekts werden in drei industrienahen Use Cases getestet. Mobile Manipulatoren bei Sony DADC und Lenze übernehmen Hol- und Bringdienste in der Intralogistik. Bei Sony DADC übernimmt ein mobiler Manipulator bestehend aus mobiler Plattform, Knickarmroboter, Kamera-geführtem Greifer und AirSkin-Sicherheitssensoren, Hol- und Bringdienste. Die Plugboard-Systemarchitektur gewährleistet dabei die Interoperabilität aller Komponenten. Intuitive, workflow-orientierte Programmierung erlaubt es den OperatorInnen, das System auf seine Aufgabe vorzubereiten. Ein Smartwatch-basiertes Notifikationssystem benachrichtigt AnlagenbedienerInnen, wann immer Probleme auftreten bzw. Unterstützung durch sie erforderlich ist. Gemäß Produktionsprogramm werden Spritzgießformen von einer OperatorIn aus dem KARDEX-Lager in der Übergabestation bereitgelegt. Der mobile Manipulator holt die Formen zeitgerecht ab. Der eigentliche Entnahmeprozess wird dabei von einem Skill umgesetzt, der Auge und Hand koordiniert, um Genauigkeitstoleranzen bei der Positionierung des Fahrzeugs ausgleichen zu können. Anschließend bringt der Roboter die Formen zu Übergabestationen an der Spritzgießmaschine und benachrichtigt die OperatorIn, die die Umrüstung der Maschine durchführt. Formen bereits abgearbeiteter Aufträge werden wieder zur Übergabestation des Lagers gebracht. Der Roboter ist nicht spurgebunden und kann in seiner Einsatzumgebung dem Rheinraum sowohl Menschen als auch anderen spurgebundenen Fahrzeugen ausweichen. Sein Betrieb bleibt dabei dank integrierter Sicherheitssensoren stets sicher und rechtssicher. Auch bei Lente übernimmt ein mobiler Manipulator bestehend aus mobiler Plattform, Knickarmroboter, kamerageführtem Greifer und Aerskin-Sicherheitssensoren Hol- und Bringdienste. Der Roboter wird mit Kartons beladen die Getriebemotorkomponenten beinhalten. Diese werden während der Fahrt in vorbereitete Spender kommissioniert. Auch bei Lente wird das Funktionsmuster in seiner Einsatzumgebung dem Lager demonstriert. Nähere Informationen zum Projekt, seinem Konsortium und weiteren Veröffentlichungen finden Sie auf der Projektwebseite.